Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Richtmikrofone. Das High-End-Produkt in unserem Richtmikrofontest geht an das World VideoMic Go. Das RDE VideoMic Go, ein ebenso schnörkelloses wie effektives Mikrofon, stellt die perfekte Ergänzung zu ihrer digitalen Spiegelreflexkamera dar. Man braucht sich weder Tastenfunktionen zu merken, noch Batterien zu wechseln, einfach installieren und drehen, lautet die Losung. Mit einem optionalen SC-7-Kabel kann das VideoMic Go direkt an ein iPhone oder iPad angeschlossen werden. Mit dem RDE-Grip und der kostenlosen RDE-Wack-Up verwandeln Sie Ihr iPhone in ein mobiles Aufnahmestudio. Das VideoMic Go wird mit einem Windschutz aus Schaumstoff geliefert. Für Außenaufnahmen unter windigen Bedingungen wird jedoch der optionale DERCAT-GO-Fellwindschutz empfohlen. Das VideoMic Go kann auf einer Teleskopangel von Rode installiert werden und ist kompatibel zum VC1-Verlängerungskabel. So kann man die Schallquelle aus nächster Nähe abgreifen. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist das World VideoMicro. Das RDE VideoMicro ist das kompakteste VideoMicrofon dieser Serie. Trotz seiner kompakten Abmessungen glänzt es mit einem natürlichen und klaren Ton und passt von den Abmessungen her perfekt zu DSLR- und Action-Kameras. Es brauchen weder Batterien angeschlossen, noch irgendwelche Schalter bedient zu werden, einfach an die Kamera anschließen und drehen. Das kompakte und vielseitige VideoMicro kann auf den meisten Kameratypen installiert werden und eignet sich besonders für Action-Kameras mit Weitwinkelobjektiven. Die beiliegende Reicode Lyre-Halterung sorgt für eine perfekte Abkopplung des Mikrofons, was zum Unterdrücken von Handhabungsgeräuschen wichtig ist. Der RDE WS9 Deluxe Fellwindschutz ist im Lieferumfang enthalten, man braucht kein weiteres Zubehör. Mit einem RDE SC7-Kabel eignet sich das VideoMicro auch für überlegene und fokussierte Tonaufnahmen mit kompatiblen Smartphones. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Richtmikrofon-Test ist das Synco M1S. Das Synco M1S-Richtmikrofon mit exklusiver Stoßdämpfung minimiert Vibrationen und die daraus resultierenden Geräusche, während Videos in Bewegung aufgenommen werden. Ideal für mobiles Flug, Kurzvideo, Interview und Live-Streaming. Der Mic M1S mit integriertem Kardioide-Charakteristikmuster und 1,4-Kondensator kann Audiosignale mit geringem Eigenrauschen aufnehmen und den Lautsprecher vor der Kamera hervorheben. Das Mic M1S verfügt über integrierte 3,5 mm TRS und TRRS-Kabel, es in Kameraserien und Handyserien verwendet werden kann. Synco Mic M1S wird von Ihrem Gerät aus mit Strom versorgt und nimmt Plug-and-Play und kein Tastendesign. Die Silikonstoßdämpferhalterung mit einem Viertel Zoll Gewinde ist bereit, das Mikrofon an Kamera, Gimbal, Stativ, Auslegerstange oder Ständer zu befestigen. Das Kunststoffgehörse macht Mic M1S nur 7,2 cm lang und wiegt 35 g. Es passt problemlos auf Ihre Kamera sowie auf kleinere Mobile-Geräte. Wenn Dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.